Willkommen auf dem Martinshof. Das werden die besten Reiterferien aller Zeiten. Oh ja, ich kann es kaum erwarten. Ich habe mich schon ewig darauf gefreut. Wir uns auch. Ich verspreche dir, es warten einige tolle Abenteuer auf uns. Echt? Na das klingt ja aufregend. Wann geht's denn los? Jetzt sofort. Am besten du startest auf dem Heuboden. Ich bin gespannt, was du entdeckst. Komm danach einfach wieder zu mir zurück. Wie komme ich denn dorthin? Um den Ort zu wechseln, kannst du einfach auf die Landkarte klicken. Wie komme ich denn? 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 Hallo! Hallo! Der Heuboden ist echt ziemlich cool. Und wie! Wir sind gern da oben, wenn wir nicht bei unseren Pferden sind. Dein Fan-Wissen kannst du übrigens immer über das Poster auf dem Heuboden testen. Und so kann ich Hufeisen einsammeln, oder? Genau! Wenn du diese sammelst, kannst du viele Dinge und auch Orte freischalten. Super! Darf ich mir jetzt eigentlich auch ein Pferd für meine Ferien aussuchen? Na klar! Deswegen bist du ja hier! Na los! Worauf wartest du? Ab in den Stall! Ist das spannend! Bist du ja hier! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Immer wenn du beim Reiten Fotos findest, tauchen sie hier auf So kannst du deine schönsten Erinnerungen sammeln und immer wieder ansehen Wie toll! So werde ich mich immer an meine Reiterferien erinnern Hast du jetzt erstmal Lust auf eine kleine Stärkung? Oh, heißt das etwa... Es gibt Butterkuchen, ganz genau Da hinten steht ihr, nimm dir ein Stück Ach, sei so lieb und bringen Bibi und Tina doch auch gleich ein Stück mit, ja? Na klar, sehr gern, Frau Martin Immer wenn du Dinge einsammelst, findest du sie anschließend in deinem Rucksack Hallo? 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 Frau Martins Kuchen ist der Beste Hast du dein Pferd auch schon versorgt? Nein, aber das wollte ich gerade machen Wo finde ich denn Wasser? Sieh mal hinter mir Da ist eine Tränke Tippe dazu den Eimer daneben an Der Eimer wandert dann in deinen Rucksack An der Tränke öffnest du deinen Rucksack und klickst auf den Eimer Dann ziehst du den Eimer auf die Tränke Und schon füllt er sich mit Wasser Und damit gehe ich dann zu meinem Liebling Genau In der Pferdebox befüllst du dann ganz einfach den Trog mit dem Wasser Alles klar, hab verstanden Oder? Ok. Most Ort Prima! Durst dürfte dein Pferd jetzt nicht mehr haben. Aber wahrscheinlich Hunger, oder? Wo steht denn das Futter? Hier am Stall findest du Kraftfutter. Genau das Richtige für dein Pferd. Alles klar. Ich mach mich gleich an die Arbeit. Danke für deine Hilfe. Ein spannender Tag, oder? Morgen machen wir dann endlich unseren ersten Ausritt. Dann wirst du auch meinen Bruder Holger kennenlernen. Total gern. Er ist der Reitlehrer hier auf dem Martinshof, richtig? Ganz genau. Er hat echt einiges drauf. Also bis morgen dann. Ich freu mich. Musik 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 Musik